So, guten Tag meine Damen und Herren, oder wie es auf Englisch heißt, good day my daemans and turns, das ist eine neue Ausgabe von Schnattis Primetime, hat jetzt lang nichts geben, weil es einfach nicht gepasst hat und so weiter. Jedenfalls versuche ich das alles jetzt neu aufzubauen, weil, ihr seht da, das ist momentan mein Pseudostudio, das ist leider nicht das gelbe vom Ei, aber nicht mehr lange. Und was ich vorhin noch sagen wollte, es gibt da so eine Firma, die heißt Patron, nein, der heißt Patron, der heißt Patrona, der heißt Patrona, der stellt Nachbau Akkus für GoPros her, GoPro, 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 weil ich frumde Gott mit meiner GoPro und einem externen Mikrofon, was ich mir eigentlich für den Urlaub, für den Ibiza Urlaub gekauft habe, aber es war alles nicht so einfach, ja, weil du brauchst da das Mikrofon selber, war übrigens von der Firma Hartlauer, diesmal nicht vom Hartlauer im Hattrick in Hartberg, aber die Firma Hartlauer im Hattrick in Hartberg war so freundlich und hat mir das innerhalb von ein paar Minuten organisiert, weil ich habe das Mikrofon einen Tag vor unserem Ibiza Urlaub gekauft, ja. In Fürstenfeld haben wir das nicht mehr auf Lager gehabt und wir sind direkt von Hartberg nach Fürstenfeld gefahren und haben das dort gekriegt. Ich bin dort, ich muss ehrlich sagen, das ist von der Firma Hartlauer ein sehr großes Go, ein Pluspunkt, ein Sterntartl, ein grünes Hackern, ein perfektes Service, habe ich dort genossen, ja. Wir sind nach Fürstenfeld runtergefahren und da sind, ich weiß nicht, ein paar Leute halt angestanden und da ist noch mein Handy vertragen oder irgendwas gegangen, was ein bisschen länger dauert und dann hat mich der Herr dort gefragt, kurz so zwischendurch, was ich brauche, ob ich was brauche und da habe ich gesagt, ja, ich komme in den Mikrofon, wo von der Filiale aus Hartberg schon angerufen geworden ist, und dann bin ich dort behandelt, wie ein König, Alter. Das war richtig geil, das war ein Top-Servis, Alter, das war, nein. Also Hartlauer ist echt ein Wahnsinn. Top-Firma, echt. Wurscht ob Hartberg oder Fürstenfeld. Gern Sie zum Löwen. Wahnsinn, echt, super Firma. Gut, wie gesagt, das Mikrofon, das ist übrigens das erste Mal, dass ich das jetzt teste, weil ich habe das zum Ibiza-Urlaub nicht mitnehmen können, weil man dafür ein spezielles Adapterkabel braucht. Das habe ich auch nicht gewusst, jedenfalls, was ist jetzt da und das Mikrofon hat einen guten Preis gehabt, nur das Adapterkabel, das habe ich über Amazon bestellen müssen, das war eine Frechheit, was das gekostet hat, aber ist egal. Jedenfalls gibt es Neuigkeiten, die haben jetzt nichts mit Akkus und Sonstiges zu tun. Es ist einfach ein neues Video, schaut euch das auch an. Ja, ich will gar nicht viel verraten. Sagen wir einfach, Film ab. So, hallo. Hi. Nein, das ist heute kein Kino-Bewertungsvideo. Das ist das Video unseres Lebens. Ja, wir fangen an. Es gibt Dinge im Leben, die macht man auch mal. Manche Leute machen es vielleicht öfter, aber wir machen das auch mal. Und das ist etwas sehr Einschneidendes, weil es auch mit immensen Kosten verbunden ist. Wir rennen da nicht von Kosten, die uns zwei, drei Jahre belasten. Wir rennen da auch von Kosten, die uns wahrscheinlich vielleicht das Leben lang belasten. Aber eine Belastung muss ja nichts Negatives sein. Natürlich ist es negativ, wenn Gold wegkommt, monatlich vom Konto. Aber man kriegt ja auch was dafür. Ja, wir haben uns das natürlich gut überlegt und durchgerechnet. Für alle Skeptiker unter euch. Und ich weiß genau, wer da jetzt skeptisch ist. Jetzt geht es ja aus. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es ist natürlich ein Abschluss. Ein Abschluss. Es ändert quasi ein Lebensabschnitt und es beginnt ein neuer. Und somit muss ich leider auch sagen, ich werde für dieses Video als letztes Mal Nachrichten per WhatsApp und per E-Mail verschicken. Ich werde zukünftig meine Videos maximal auf Facebook promoten. Vielleicht auch Instagram. Und ansonsten, wenn ihr weiter auf dem laufenden Sein holt, was da heute passiert und wie sich das in Zukunft ändern wird, dann abonniert einfach bitte meinen YouTube-Kanal. Es kostet nichts. Aber ich werde es einfach am laufenden gehalten. Mit neuen Infos, mit neuen Videos zu unserem neuen Lebensabschnitt. Was sicherlich haufenweise Videos geben wird davon, ja. Vor allem, weil jetzt auch, kann ich das in Ruhe nachher machen, meine Videos, ja. Ich will gar nicht viel verraten. Aber es ist einfach so geil. Du müsstest euch das unbedingt weit anschauen. Es ist so spannend. Völlig besser, wir haben davon. Und besser ist eh die Kinderbewertung. Also das ist echt... Puh. Fühle ich dir das Video jetzt... Nein, fühle ich gar nicht, will ich gar nicht sagen. Ein paar dir das Video jetzt sehen. Werden wahrscheinlich keine Ahnung haben, worum es da geht. Aber es zahlt sich aus zum Krambleiben, ja. Bleibt es trauen und abonniert meinen Kanal. So einfach ist das. Und es wird richtig interessante neue Videos geben, ja. Und das ist... Natürlich müssen wir das Datum auch festhalten. Es ist... 8. Oktober, Freitag. Freitag, der 8. Oktober 2019. Ein sehr spezielles Datum. Für... Edith. Markus. Markus. Auf dich, auf dich, auf dich, auf dich. Ja. Musst du noch was auf dich? Ach Gott. Aber mit Kindern noch lachen, ja? No, 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 no! Na, es wird richtig heilern, ne? Gewisse Sachen werden sie sich eintragen, aber im Großen und Ganzen wird es geiler werden. Na gut, dann geht es euch noch kurz zuschauen, wie ich mein Schicksal mit einer Unterschrift besiege. Keine Angst, ich werde nur meine Unterschrift festhalten bei Video, weil das ist was Einschneidendes. Das ist die Ibiza. Haben wir irgendwas, haben wir irgendwas müssen brauchen, was hier kommt? Wir waren heute in Ibiza schon. Wie lange filmen Sie schon? Ich hab's gerade auch das gemacht. Na warte, warte, wir machen das jetzt, oder? Also ich soll filmen? Ich soll filmen, wie die Ehrschaft, aber dann schreiben sie. Das wäre auch cool. Eingeschaltenes, passen wir draufhalten. Das ist Dienstleistung. Auf Rot muss ich draufhalten, oder was? Wenn ich schon schuld gehabt habe, können wir das? Warte. Es ist nichts, gell? Es ist nichts. Wir sind ordentlich, aber schon. Das heißt, wollt ihr nur die Hände draufhaben oder die Gesichter? Nein. Na schon. Ja schon. Ich unterschreibe. Warte, warte, warte. Nein, warte. Es ist das, wenn wir mit einem Videoprofi zusammenwohnen. Na sicher. Es wird alles festgehalten. Passt. Da, da hab ich halt die Gesichter jetzt auch drauf. Ist das okay? Ja, passt schon. Eins, zwei, drei. Wieder einschalten. Jetzt geht's jetzt. Passt. Er schneit's jetzt an. Filmt das jetzt? Ja. Vielleicht wird's rot. Und da mitten oben steht die Aufnahme. Rot nochmal. Gibt der Ton auch dabei? Ja. Kann man alles dröhnen? 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 Ich unterschreibe jetzt den Vertrag. Das ist ein einschneidendes Erlebnis für mich. Ja, das ist super. Aber was kommt da da offen vor? Nein. Das ist so weit. Ist das so keinlev Ав sommarma? Ja, das ist immer noch. Vergangen Welt. Deine sembla hast du reiber感じ und freiged. Dass du dein Problem ist. Ja, der Sie kriegen ZDF, Zu einschneidenden Ich. Intensiv. Du hast bin 열�enchen. So, das war's schon, das war jetzt die neue Ausgabe von Statis Primetime, vergesst nicht unterhalb da bitte zum Abonnieren mein Kanal, weil ich werde jetzt in Zukunft echt keine Nachricht mehr verschicken, entweder mag man meine Videos, wie gesagt, sie werden jetzt neu aufgestellt und neu aufgebaut und ich hoffe sie sind interessanter für euch. Es werden keine Nachrichten mehr verschickt, sondern wenn ihr echt Interesse habt, schaut einfach auf meinen YouTube-Kanal rein oder abonniert einfach meinen Kanal, das wäre das Einfachste, weil dann werdet ihr immer sofort informiert, wenn ein neues Video online ist. Ok, wie gesagt noch einmal, kauft euch die Akkursion nicht und... Was? Es ist einfach so geil, es müsst euch das unbedingt weit ausschauen, es ist so spannend. Jo, du sagst das. Aber ich darf es euch noch nicht verraten. Na gut, das war's auch schon. Bitte vergesst nicht, ich kann unterhalb einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren, habe ich das schon erwähnt, dass man meinen Kanal abonnieren kann, weil dann wird natürlich sofort informiert, wenn ein neues Video online ist. Und ihr könnt natürlich auch unterhalb kommentieren, ja. Ihr weißt, das ist sehr viel verlangt und fordert sekundenweise an Arbeit, aber ich darf mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Na gut, hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt, live aus den momentan noch etwas mickrigen Universal-Schnattler-Studios. Ich kann gar nicht mehr rein vor der Kamera. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Bis zum nächsten Mal.